Eine etwas schwerere Aufgabe, denn wir haben hier einen abhängigen Punkt und einen indirekt abhängigen Punkt. Ich werde euch gleich nachher erklären, was das bedeutet oder vielleicht fangen wir auch jetzt schon mal an. Der Punkt A, der ist direkt abhängig von diesem X. Also es geht um das X von dem Punkt A, das ist die abhängige Aufgabe. Der Punkt CN, der ist nicht ganz so abhängig, denn hier geht es nicht um den X-Wert, sondern dem X-Wert von dem A wird 1,5 dazu addiert. Das heißt, CN ist im direkten Sinn nicht abhängig. Das werden wir gleich sehen, was das für Auswirkungen auf die Aufgabe hat. Ich habe gleich mal dahinter geschrieben, das eine liegt auf P1, andere auf P2. Zeilen uns das kurz ein. Damit wäre die erste Aufgabe schon fast fertig. Wir müssen nur noch das Dreieck zeilen. Und da haben wir jetzt ein kleines Problem, denn der Punkt B ist gar nicht gegeben. Aber A und C. Das heißt, das können wir jetzt als erstes machen, den Punkt A einzeichnen, 0 einsetzen und dann sind wir fertig. Bei CN haben wir keine fertigen Koordinaten, denn wir kennen die Y-Koordinate von C nicht. Ja, aber nicht verzagen. Wir wissen doch, dass von dem X-Wert von A, nämlich dem hier dran, 1,5 dazukommen. Das heißt, ich muss eigentlich nur zu 0,1,5 drüber gehen. Da bin ich beim X-Wert 1,5. Und der Y-C-Wert, den muss ich gar nicht berechnen. Ich kann ja einfach hochgehen. Denn wir wissen, dass C auf P2 liegen muss. Also gehe ich bei 1,5 hoch und da, wo dann der Graph sauber gezeichnet dran steht, und deswegen wisst ihr jetzt, warum man sauber zeichnen muss, da muss mein C1 sein. So, und jetzt fehlt nur noch B. Und die Frage ist, wo liegt das? Das können wir halt aus der Aufgabe jetzt so direkt nicht ablesen. Wir müssen den letzten Beisatz hören, den letzten Satz. Nämlich, dass es ein gleichschenkliches Dreieck sein soll und die Strecke AB, die soll parallel zur X-Achse sein. Gut, und wenn wir das alles berücksichtigen, ist auch klar, wo B sein muss. Wir gehen hier 1,5, dann sind wir bei der Höhe und die Höhe liegt immer auf der Mittelsenkrechten. Und gehe ich dann nochmal 1,5 rüber, muss ich ja bei B landen. Also muss B hier sein. Das ist ein bisschen ein Kniff. Was natürlich auch klar ist, ich könnte einfach eine Parallele hier zeichnen und eine Senkrechte hier runter, da die Höhe im gleichschenklichen Dreieck ja immer die Mittelsenkrechte ist. Und davon kann ich dann einfach das Ganze auch abmessen. 1,5 hier, 1,5 hier. Heißt ja nicht, dass ich es berechnen muss. Das heißt ja nur, ich soll es zeichnen. Dann kommen wir zu der etwas schwierigeren Aufgabe. Da sehen wir jetzt nämlich genau, dass wir die Koordinaten von C erstmal noch berechnen müssen. Wir haben die X-Koordinate von C. Die lautet X plus 1,5. Also das haben wir schon gegeben. Was aber noch fehlt, ist der Y-Wert von C. Wir wissen allerdings, dass der Y-Wert von C auf dieser Parabel liegt. Nur stecken da XC-Werte drin. Denn dieses Y und das X bezieht sich auf A. Das ist das, wo allein steht. Also stehen diese Y und das X eigentlich in Abhängigkeit von Punkt A da dran. Punkt C müssen wir erst noch berechnen. Aber wir haben, wenn wir das so einsetzen, eigentlich zwei Gleichungen, wo wir das locker rauskriegen. Denn ich kann für dieses XC X plus 1,5 einsetzen. Also an jede Stelle, wo XC steht, 1,5 rein. Und wenn ich jetzt hier vorne die binomische Formel auflöse, erhalte ich diesen Term. Hinten natürlich die Klammern aufgelöst. Aufpassen muss ich, dass ich hier die Klammern setze vor dem Minus. Die binomische Formel aufzulösen und dann gleich das Minus zu verarbeiten. Das wären zwei Schritte auf einmal, die meistens nicht funktionieren. Im nächsten Schritt erst löse ich diese Klammer auf. Nämlich indem ich überall hier ein Minus davor setze. So funktioniert das nämlich mit Minus vor der Klammer. Gut, hinten habe ich hier zusammengefasst und dann kann ich nochmal zusammenfassen. Jetzt habe ich meinen YC-Wert und jetzt habe ich die exakten Koordinaten von Cn. Und siehe da, die schauen anders aus. Also die Y-Koordinate von Cn läuft immer anders. Und das war ja auch klar, weil die auch auf einer anderen Parabel liegen. Das heißt, wenn wir einmal wissen, dass der X-Wert von einem anderen Punkt größer ist als der ehemalige, den wir betrachtet haben, muss ich das hier dazu zählen, beim X-Wert, da ist es ganz einfach. Und dann für den Y-Wert einsetzen. Und das ist meistens immer das, was man vergisst. Gut, Flächenberechnung. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wir könnten das natürlich mit Vektoren machen. Der Vektor hier, der würde 3,0 heißen. Immer, weil es ja immer 3 nach rechts geht. Jetzt gehen wir erst 1,5 darüber und 1,5 weiter. Das heißt, dieser Vektor würde 3 und 0 heißen. Und dann könnte ich diesen Vektor aufstellen. So ginge es. Aber das Signalwort ist hier parallel zur X-Achse. Und wenn das nämlich so ist und dann auch noch ein gleichschenkliges Dreieck, dann können wir doch das dafür hernehmen, dass wir Grundlinie und Höhe bestimmen. Denn die liegen jetzt wunderbar zu unserer X- und Y-Achse, sodass wir das berechnen können. Also habe ich das in dem Fall so gemacht. 0,5 mal die Grundlinie mal die Höhe gibt den Flächeninhalt. Das habe ich schon vorweg genommen. Die Grundlinie ist immer 3 Längeneinheiten. Woran liegt das? Wenn ich hier oben 1 weitergehe, dann weiß ich, dass mein C 1,5 hier liegt. Also der X-Wert. Also muss, weil es gleichschenklig ist, der B-Wert auch nochmal 1,5 rechts liegen. Das heißt, meine Strecke A, B wird immer 3 Längeneinheiten lang sein. Ja, bin ich schon fertig. Das ist hier ein bisschen schwierig zu sehen, ein bisschen knifflig zu sehen, aber tatsächlich kann ich ja die Streckenlänge nicht berechnen. Die Höhe geht dann wieder einfacher. Ich brauche diese Strecke und das haben wir gelernt, da ist es der Wert minus dem unteren Wert. Der Y-Wert ist das jeweils. Der Y-Wert von C, den haben wir hier gegeben, minus den Y-Wert von A, denn das ist der gleiche wie hier dran, da wir ja parallel zur X-Achse sind. Das heißt, wenn wir das voneinander abziehen, sauber mit Klammern, dann erhalte ich diesen Term für die Länge oder für die Länge der Höhe. Und wenn ich das dann mit 0,5 multipliziere und die 3 nicht vergesse, erhalte ich tatsächlich den Flächeninhalt, genauso wie er im Buch drin steht. Bei der Aufgabe D heißt, ich soll den größtmöglichen Flächeninhalt berechnen. Ne, stimmt gar nicht. Ich soll nur X bestimmen, wann der Flächeninhalt am größten ist. Größten ist so ähnlich wie maximal, ja, das heißt doch, ich muss einfach den Scheitelpunkt bestimmen. Also, habe ich hier gemacht, S1 und 8,625. Das heißt, meine Antwort wäre hier, für X gleich 1 haben wir den größten Flächeninhalt. Würden wir wissen wollen, wie groß der ist, dann müsste man einfach nur in den Y-Wert schauen. Der Flächeninhalt ist 8,625 als größten Flächeninhalt für X gleich 1. Das ist die Interpretation von dem Ganzen. Gut, etwas anspruchsvollere Aufgabe, aber das war schon Abschlussprüfungsniveau.